Janssen da ist er mit Chantal am Spazieren, Janssen da. Die heißt Chantal, seine Freundin heißt Chantal. Was ist denn das für ein Name? Entweder die kommt aus dem Osten oder die macht Pornos. Ich weiß so, als ich dich kennengelernt habe, kam sie auf mich zu und sagte, schön doch, ich bin der Chantal. Habe ich einfach nur gedacht, schade. Chantal, er hielt mit Chantal Janssen da, ist er am Spazieren, Janssen da. Und wenn die nicht spazieren, dann kochen sie. Das ist auch ganz neu, die kochen, oh, kochen sie. Und dann kocht er nicht normales Essen, nein, nein, er hielt vorher über den Markt einkaufen, nicht bei Aldi. Nein, er hielt über den Markt mit dem Weidenkorb, läuft er mit Chantal über den Markt. Schön, er, Captain Future von der Bananenweide, er. Dann guckt er sich Zucchini an, schön frische Zucchini, Aubergine. So eine Kacke kocht er jetzt. Aubergine. Hör mal, neulich hat er Mangold gemacht, ich dachte, das wäre eine Zahnfüllung. Nein. Er kocht Mangold. Was? Mangold. Und nicht nur einfach Mangold, nein, auf einem Spiegel mit Vinaigrette, an einem Himbeerdressing, in einem Dialog. Er kocht im Dialog, komm, ich will beim Fressen meine Ruhe haben. Er, der ganze Tag, der ganze ist er nur am Ohr, früher Currywurst Pommes gefressen, wisst du? Dose Bier aus dem Kofferraum, warm. Nein, jetzt trinkt er Rotwein. Ja. Ja. Vielen Dank.